Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zur Folge Nummer 4. Siehst du von wegen deine Nummer, war ist niemand zu schätzen, ich dachte schon, wenn ich dich nur angucke. Das kann ja so und so sein. Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen in der Lach- und Wohlfühl-Bubble, Becker und Pfeufer. Nachdem wir gestern aufgrund von Technik nicht aufnehmen konnten, können wir jetzt heute wieder Zahlenspiele machen, weil wir nehmen die Folge 44 auf. Und heute ist jetzt nicht mehr der Elfte, sondern der Zwölfte und es ist der Zwölfte Dritte und zwölf durch drei ist vier. Das heißt, die Technik ist eigentlich gestern nur ausgefallen, damit ich heute wieder Zahlenspiele machen kann und das ist mir im Moment bewusst geworden. Und außerdem der Zwölfte Dritte bedeutet, dass man quasi zählt eins, zwei, drei und dann ist vier und zwanzig. Also es ist eins, zwei, drei, vier. Wir müssen jetzt unbedingt über Fußball reden. Ich finde auch. Möchtest du mal ein paar Danksagungen loswerden, liebe Annika? Ja, unbedingt und zwar als allererstes an die liebe Corinne, die uns ja sowieso zwischendurch schon immer mit Themen versorgt und uns jetzt außerdem eine sehr, sehr, sehr großzügige Spende geschickt hat. Ganz herzliches Dankeschön dafür auch nochmal hier an dieser Stelle. Außerdem bedanken wir uns bei der lieben Ruth, die uns eine ganz fantastische E-Mail geschrieben hat und bei Sophie. Alle drei haben uns was gespendet. Das ist sehr, sehr großartig. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr das aktuell über PayPal machen und alles dazu findet ihr auf unserer Homepage oder normalerweise auch als so einen kleinen Button in euren Podcatchern. Und ich muss nochmal anfügen, dass die E-Mail von der Ruth wirklich so toll war. Das war der Punkt, den ich gestern gerade noch rausgebracht habe, bevor die Technik uns verlassen hat. Aber ich sage es jetzt gerne nochmal, die kam auch noch irgendwie an so einem Tag. Manchmal hat man das ja, dass man so die Wand anstarrt und hadert und es hat echt uns beiden auf jeden Fall total viel bedeutet. Wir haben uns sehr, 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 sehr gefreut. Dankeschön. Ja, sehr, sehr, sehr wahr. Und dann, bevor wir mit unserer üblichen Fußballwoche einsteigen, haben wir noch einen relativ ausführlichen Nachklapp zur letzten Sendung. Und zwar geht es nochmal um Rapid Wien, das Thema Homofeindlichkeit. Da sind in der Zwischenzeit die Urteile gegen Spieler und diverse Staffleute eingegangen. Und es gab heute ja auch eine Reaktion von Ralf Rangnick, dem österreichischen Nationaltrainer. Genau. Und zwar sieht das so aus, dass einer der beiden Co-Trainer, nämlich Kraus, freigesprochen wurde, weil bei ihm keine diskriminierenden Aussagen festzustellen waren. Also er hat wohl so abgewunken in Richtung Schiedsrichterteam, aber sich eben im Gegensatz zu den anderen nicht an diesen sehr, sehr hässlichen Aussagen beteiligt. Dann gibt es für den Geschäftsführer von Rapid Wien eine Funktionssperre von zwei Monaten, einer davon bedingt, wie das so schön heißt in Österreich. Der zweite Co-Trainer, Kulowicz, bekommt ebenfalls eine Funktionssperre von drei Monaten allerdings und davon einer bedingt. Guido Burgstaller an der Sperre von sechs Spielen, drei bedingt. Marco Gröhl, sechs Spiele, drei bedingt. Thorsten Schick, fünf Spiele, drei bedingt. Maximilian Hofmann, drei Spiele, zwei bedingt. Niklas Hedel, drei Spiele, zwei bedingt. Alle ab dem zweiten Co-Trainer müssen außerdem an Workshops zu Diskriminierung teilnehmen. Also beziehungsweise gemeint ist wahrscheinlich Antidiskriminierung, weil Diskriminierung haben sie ja schon voll drauf. Und die Verurteilung ist nach Paragraf 112 Absatz 1 Diskriminierung, 111a Absatz 1 Verletzung des Fairplay-Gedankens. Das sind die mit den kürzeren Sperren. Und es gibt einen bedingten Drei-Punkte-Abzug. Das war das erste Urteil. Interessanterweise hat Rapid Wien sich darauf gemeldet und erst mal gesagt, oh, das ist aber alles ganz schön streng. Also das finde ich ja immer schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn man mal weiterschaut, was sie gemacht haben. Sie haben einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, wie sie dieses Thema im Verein künftig angehen möchten. Und die Maßnahmen trage ich jetzt einmal kurz vor. Verantwortung übernehmen, Nachschärfung der persönlichen Verantwortung in Arbeitsverträgen, Sensibilisierung und Kompetenzerweiterung, Stärkung der Zusammenarbeit mit einschlägigen Institutionen, Vermittlung der Werte des SK Rapid in der Nachwuchsarbeit, wo ich sagen würde, wäre ich vielleicht vorsichtig, müsste man erstmal definieren, was die Werte sind. Also weil sie bisher nach außen tragen, ist ein bisschen schwierig. Dann Diversitätskompetenz intern fördern, Einsätzen eines Change Teams, breite Kommunikation des Leitbildes. Der SK Rapid schafft positive Anreize für Initiativen gegen Homophobie, Sexismus und Diskriminierung und Forcierung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Antidiskriminierung im Fußballsport. Das klingt ja alles wunderbar, aber wenn man halt als ersten Punkt da stehen hat, Verantwortung übernehmen. Und dann ist die Reaktion auf solche Urteile, dass man sagt, wir finden die sehr hart und im zweiten Schritt sagt man, wir akzeptieren die auch nicht, sondern legen Einspruch ein, weiß ich nicht, ist ehrlicherweise nicht zu 100 Prozent das, was ich mir unter Verantwortung übernehmen vorstelle. Natürlich haben die auch eine sportliche Verantwortung für ihren Verein und dafür eben Punkte zu sammeln, aber ehrlicherweise würde ich mir in solchen Situationen wünschen, man würde das Urteil einfach mal in Würde einfach annehmen und sagen, ja, das haben wir uns verdient. Auf den Einspruch wurde auch reagiert und zwar Hedel und Gröl haben jeweils eine Strafreduzierung bekommen. Das sind wie gesagt die beiden, die wegen Verletzung des Fairplay-Gedankens ihre Urteile bekommen haben. Alle anderen, die aufgrund Verletzung des Diskriminierungsgedankens beziehungsweise faktischer Diskriminierung verurteilt wurden, ist die Sperre so geblieben und man hat auch noch mal betont, sodass es damit seine Richtigkeit hat. Was ich über Finn noch mitbekommen hatte, war, dass es im Falter anschließend einen Kommentar zu dieser ganzen Causa gab und zwar von Florian Klenk und den fand ich ehrlich gesagt so unfassbar peinlich, dass wir ihn tatsächlich aufgrund seiner Peinlichkeit verlinken und jetzt auch darauf hinweisen, weil in diesem Kommentar steckt ganz viel darüber, was schwierig ist bei einigen Leuten, auch Leuten, die sich für aufgeschlossen und irgendwie modern halten, wenn sie auf den Fußball drauf schauen, weil er so mehr oder weniger schreibt, ja, natürlich kann man das alles so machen und das hat wahrscheinlich jetzt auch so paragrafentechnisch seine Richtigkeit, aber irgendwie nimmt man jetzt halt Männern auch so den letzten Ort, wo sie irgendwie wild sein können und die Sau rauslassen, wo ich mir so denke, Junge, wild sein und die Sau rauslassen und Menschen diskriminieren sind zwei unterschiedliche Dinge. Man kann die Sau rauslassen, ohne andere Leute zu diskriminieren und es wäre wundervoll, wenn Leute das endlich mal kapieren würden. Er hat es offensichtlich noch nicht verstanden, wer es aber verstanden hat und da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Ich bin keine eingeschriebene Studierende der Rangnick-Universität, also der hat mich durchaus schon das ein oder andere Mal irgendwie eher zum Fluchen oder mit dem Fußausstampfen gebracht, aber jetzt, finde ich, hat er sich extrem stabil verhalten. Wie ihr alle wisst, steht ja demnächst die, na, sag schon, Nationalmannschaftspause an, Länderspielpause, so heißt es richtig und Rangnick hat angekundigt, dass er Burgstahler, Grüll und Hedel also nicht mitnehmen wird, die normalerweise dem Kader eben vermutlich angehört hätten und er begründet das damit, dass er sagt, also wie die sich verhalten haben, steht sowas von diametral den Werten der Nationalmannschaft gegenüber, dass sie da aktuell keinen Platz haben und das finde ich extrem stabil, das muss ich sagen, es hat mich sehr gefreut, Chapeau. Ja, vor allem dann halt auch noch genauso, wie er es formuliert hatte, dass ihm halt keine Entschuldigungen als Lippenbekenntnisse reichen, sondern dass er verlangt, dass die Spieler sich jetzt auch wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen, was sie da gemacht haben. So, also, das ist dann schon sehr, sehr gut. Mhm. Und dann noch eine Kleinigkeit zur vergangenen Sendung. Wir haben da ja angekündigt, dass es diesen Spieltag für alle geben sollte rund um den feministischen Kampftag, wobei interessanterweise sehr viele Medien haben feministischer Kampftag falsch geschrieben, da stand irgendwie immer Weltfrauentag, das muss irgendwie ein Fehler gewesen sein im System so weitläufig und wir haben Rückmeldung bekommen, dass dieser Spieltag für alle offensichtlich nicht überall so super funktioniert hat, also mutmaßlich unter anderem die Magenta-Spiele. Uns würde mal interessieren, falls ihr versucht habt, diese Freispiele zu nutzen, was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt, schreibt uns doch gerne beispielsweise auf Insta oder auch per Mail. Wie war denn deine Fußballwoche, liebe Annika, bevor ich mir einen Knoten in die Zunge rede? Die war sehr, sehr ereignisreich, weil, auch wenn das in unserem Sendungsdokument schon gar nicht mehr drinsteht, da natürlich auch das Pokalspiel von der SGS Essen in Leverkusen noch dazugehörte, was schon ziemlich krass war, weil, yay, Halbfinale. Und dann war am Freitag direkt das Derby auch gegen die Frauen des MSV Duisburg, das mit 4 zu 1 gewonnen wurde, was dann natürlich auch nochmal stark war. Ich fand, Duisburg hat eigentlich auch eine gute Partie gemacht. Ich fand, also ich habe da schon sehr unterschiedliche Meinungen drüber wahrgenommen und sowas. Ich fand aber eigentlich dieses erste Tor von Essen, da gab es einen Elfmeter, das fand ich so etwas schwierig. Also gerade, wenn man in Leverkusen diesen Rasen gesehen hat, das hat ja im großen Stadion sehr kurzfristig stattgefunden, das Spiel. Und auch der Platz der Leverkusenerinnen wird jedes Jahr ja immer ausgezeichnet für seine ganz herausragende Qualität und das auch völlig zu Recht. Und wenn man dann aber den in der Arena sieht, dann ist das nochmal also so was ganz anderes, also so ein richtiger Teppich. Und das hat auch, glaube ich, viel zu der Spielqualität von diesem Pokal-Viertelfinale beigetragen. Wenn man im Vergleich dazu den Platz im Stadion an der Hafenstraße gesehen hat, den sich die SGS ja mit Rot-Weiß-Essen teilen muss. Und ja, es ist gerade nicht die Jahreszeit, die besonders freundlich ist für so einen Rasen und so. Dann ist es irgendwie gerade mit dieser Elfmeter-Szene einfach peinlich. Also weil aus meiner Sicht, ja, Vanessa Fürst kommt da in großer Not mit sehr viel Tempo angerauscht und wäre vermutlich auch sonst irgendwie zu spät gekommen. Aber so wie ich die Szene gesehen habe, kommt sie eigentlich nur ins Fallen beziehungsweise kann nicht mehr abbremsen, weil sie halt in diesem völlig kaputten Rasen hängen bleibt. Und dann verletzt sie sich dabei ja auch noch schwer. Ich habe eine Zwischenfrage, Annika. Möchtest du irgendwelche strukturellen Schwierigkeiten im Fußball der Frauen etwa nahelegen? Also weil, ich meine, dünnes Eis. Ja, ich weiß auch nicht. Also es kommt mir so vor, als hätten wir das hier schon ein paar Mal in unserem Podcast gehabt als Thema. Ja, aber jedenfalls so der Sieg an sich war natürlich sehr, sehr toll. Es waren auch einfach wunderschöne Tore dabei und das hat so an sich einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich meine, wir hatten es hier ja schon häufiger davon, dass die Saison der SGS auch einfach eine sehr besondere ist. Und wenn man sich gerade mal nur die Tabelle anguckt und wieder so die Punkteabstände sowohl nach oben als auch nach unten sind, dann macht es gerade schon sehr viel Bock. Also das war so das. Mir macht ja, muss ich kurz einwerfen, an den Spielen der SGS Essen den meisten Bock, wenn du mit deinem Papa ins Stadion gehst und Fotos schickst, weil das ist so lieblich. Wir machen irgendwann mal ein Meet & Greet mit Annikas Papa. Das wäre sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Ja, naja. Und dann hat auch noch Schalke gespielt und zwar gegen Paderborn. Da gab es ein 3 zu 3. Eigentlich gab es zwischendurch mal eine Führung für den S04. Am Ende konnte man dann irgendwie froh sein, dass es noch ein Unentschieden gab. Ja, weiß ich nicht. Also es ist so immer noch das, was ich letzte Woche gesagt habe, dass man schon irgendwie das Gefühl hat, es geht jetzt mal ein bisschen positiv in die richtige Richtung, auch wenn jetzt das Ergebnis vielleicht, also man zwischendurch sich dann schon wieder was anderes erwünscht hatte. Aber ja, muss man mal sehen. Was ich auf jeden Fall extrem positiv finde, ist, dass der Verein zusammen mit der Meldestelle für Diskriminierung im Fußball NRW, der Schalker Fan-Initiative, die sowieso sehr großartig ist, sowie dem Schalker Fan-Projekt, ein Bündnis gegen sexualisierte Gewalt gegründet hat. Das Ganze basiert auch auf Daten von der Meldestelle für Diskriminierung. Also man kann sich da ja, wenn es Vorfälle gibt, die einen selbst betreffen oder die man beobachtet, kann man die da ja melden. Deswegen ist es eben eine Meldestelle. Krass, total durchgedacht. Da haben die Daten eben gezeigt, dass ein schwieriger Raum häufig eben die Anreise ist im öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen gibt es jetzt von dem Bündnis so eine Art Kampagne oder ich sag mal, so eine besondere Sensibilisierung eben genau dafür, die sich eben auch an alle richtet. Also eben auch an Leute, die einfach was beobachten mit ziemlich coolen Sharepics und Plakaten, wie ich finde. Also das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr toll. Ja, und bevor ich hier ewig weiterrede, mach du doch mal weiter, Mara. Ach, ich konnte dir ewig zuhören. Also meine Fußballwoche war, wie soll ich sagen, wenn man wieder Veranstaltungen mit einbezieht, dann hatte ich am Freitagabend eine wunderschöne Veranstaltung im Institut Francais in Mainz. Die lassen mich da rein, obwohl ich außer Merci beaucoup und Derrière wirklich nichts sagen kann. Aber neulich, naja, ist ja auch egal, bin ich damit schon recht weit gekommen. Genau, und das war eine Veranstaltung zum Thema Fußball und Feminismus und wie das Ganze bei mir im Journalismus ineinander greift. Und es war richtig, richtig cool. Also erstens mal sind die tollen Menschen im Institut sowieso richtig großartig und es macht sehr viel Spaß, mit denen was zusammen zu machen. Und zweitens war an dem Abend so ein cooles Publikum da, die alle richtig Bock hatten, also Fragen zu stellen und sich einzubringen. Ferial hieß die Moderatorin, die ganz tolle Silvan ist der Leiter. Viele, die haben das super vorbereitet und ja, es hat richtig Spaß gemacht. Also da war ich echt begeistert. Also da hat man mal gesehen, was so Publikum einfach ausmacht. Oft macht man so die Erfahrung oder habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Leute vielleicht sich eher nicht so trauen oder so. Und da war es aber echt, es waren total gemischte Leute, altersmäßig und herkunftsmäßig und überhaupt. Und ja, es war ein sehr cooler Abend und der hatte ja eben auch mit Fußball zu tun. Also im Fußball können in Mainz auch tolle Dinge passieren. Bei Mainz 05 allerdings lief es dann nicht so richtig gut, weil die leider 1 zu 8 beim FC Bayern München untergegangen sind. Und das war sehr frustrierend, weil nachdem die Bayern schon 2-0 geführt hatten und es dann noch so einen falschen Elfmeterpfiff gab, der dann glücklicherweise zurückgenommen wurde, wo man sich aber fragen muss, wieso der Schiedsrichter auf dem Platz da überhaupt gepfiffen hat, weil halt Kassi den Ball sehr eindeutig in den Rücken kriegt. Aber gut, in der Schnelle der Bewegung ist es dann vielleicht manchmal halt einfach nicht so gut zu sehen. Dann hat Amiri mit einem wirklich geilen Freistoß den Anschlusstreffer, das 2 zu 1 geschossen. Und dann gab es halt eine Situation, wo Kruder das 2 zu 2 auf dem Fuß hat und man so dachte, ja cool, das Spiel geht am Ende irgendwie vielleicht unentschieden aus, wenn man sehr gut dagegen hält. Oder zumindest geht man halt nicht unter. Naja, aber also ich habe mich mal umgehört in informierten Fankreisen und es ist alles kein Problem, weil Schuld an dem Debakel ist ausschließlich Robin Zentner und man muss jetzt nur endlich mal den Torwart wechseln und den Leuten, die immer noch an ihm festhalten, erklären, was das für ein Unsinn ist und dann wird alles gut. Haha, Ironie off. Und was aber tatsächlich noch überhaupt nicht lustig, also ich finde dieses Zentner-Bashing auch nicht lustig, aber egal. Was aber überhaupt nicht lustig war, war, dass es eine richtig gefährliche Szene gab mit Gila Wurie, der das Bewusstsein verloren hat und Amiri hat unfassbar schnell reagiert und direkt angefangen, den in die stabile Seitenlage zu bringen. Ittrich war Schiedsrichter, der kam dann dazu gerannt und hat ihm geholfen. Die Spieler haben sich direkt so rumgestellt, wie das ja mittlerweile zum Glück häufig passiert, um das so ein bisschen abzuschirmen. Und Ittrich hat ihm dann die Zunge hier so, also die ist ihm halt in die Luftröhre gefallen. Ja, es ist echt krass, also weil das war überhaupt, das war kein Foul oder sowas, war ein unglücklicher Zusammenstoß mit einem Mitspieler. Aber wie schnell wirklich halt einfach auch durch die Geschwindigkeit, mit der die unterwegs sind, wenn dich so ein Bein irgendwie trifft oder so, wie schnell da halt was passieren kann, das vergisst man ja zum Glück die meiste Zeit, weil sonst könnte man solche Sportarten einfach nicht betreiben. Aber das war wirklich eine richtig gute Reaktion und richtig gut und richtig natürlich, also dass man das überhaupt betonen muss. Aber weil es halt in der Vergangenheit auch häufig nicht passiert ist, war auch, dass man Gila Wurie natürlich nicht hat weiterspielen lassen. Also weil, als er dann wieder zu sich gekommen ist, hat man so gemerkt, er wollte zurück aufs Feld und hat so dem medizinischen Staff so erklärt, so nee, nee, alles gut, lass mich mal. Und die so, nee, Junge, heute ist es aber rum für dich. Ja, und dann nahm das Unglück halt auf dem Platz seinen Lauf. Gleichzeitig kann man es halt auch wieder so ein bisschen einsortieren, finde ich, wenn man das einander gegenüberstellt einfach. Also ja, es wurde ein Spiel viel zu hoch am Ende verloren. Und natürlich am Ende stellen sie sich auch alle nur noch bescheuert an, weil sie halt komplett aufgelöst sind und alle irren da irgendwie im 16er rum, dann auch wirklich alle. Aber also dieses Wochenende hätte halt auch in einer völlig anderen Hinsicht ganz, ganz furchtbar ausgehen können. Und das ist es zum Glück nicht. Und da halt zuverlässig die beiden anderen da unten drin auch einfach es nicht gebacken bekommen, mal ein Spiel zu gewinnen. Also Darmstadt und Köln hat sich auch nicht viel getan. Ich meine, Köln hat zwar einen Punkt geholt gegen Gladbach, aber es ist tatsächlich immer noch drin, den Relegationsplatz zu erreichen. Und einige träumen sogar noch davon, da ja zuletzt auch Bochum wieder verloren hat, dass man vielleicht sogar noch 15er werden kann. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, es wird einfach eine unfassbar schrecklich lange Saison mit zwei Relegationsspielen. Und am Ende werden wir alle erschöpft auf irgendeinem Rasen zusammenbrechen, uns entweder geschafft haben oder nicht. Aber nachdem ich ja nie in die Relegation wollte und das jetzt aber die einzige Möglichkeit ist, um die Klasse zu halten, möchte ich jetzt doch ganz gerne in die Relegation. Und um das dann noch kurz zu Ende zu führen. Du hast ja das euer Spiel gegen Duisburg erwähnt. Das letzte Spiel der 05 Frauen war ja tatsächlich auch gegen Duisburg, nämlich der Pokal, also das letzte Punktspiel oder Pflichtspiel vielmehr. Und seitdem war Winterpause. Sie haben natürlich viele, viele Freundschafts- und Testspiele gehabt, Freundinnenschafts- und Testspiele, weil diese Winterpause so unfassbar lang ist. Drei Monate waren das jetzt am Ende. Und die Ergebnisse in den Testspielen waren sehr unterschiedlich. Zuletzt hatten sie ein paar richtig krass hohe Siege. Testspiele kann man dann, also muss man aus der Beurteilung immer so ein bisschen rausnehmen und dann halt mal gucken, wie starten sie in die Rückrunde. Und in die Rückrunde sind sie gestartet mit einem Derby gegen Oberolm. Und das haben sie 8 zu 0 gewonnen. Und noch lustiger hätte ich ehrlich gesagt 8 zu 1 gefunden, aber das ist vielleicht ein bisschen gemein. Dann hätte man quasi das Ergebnis der Männer gespiegelt. Aber es ist schon richtig, richtig cool. Ich wollte das Spiel mir eigentlich live angucken. Ich konnte aber am Sonntag einfach nicht. Ich bin irgendwie einfach so körperlich zusammengebrochen und habe den ganzen Tag mich im Bett an einem Buch festgehalten. Aber es ist toll einfach, weil am Ende kann natürlich auch die Tordifferenz entscheiden, wer Erste und Zweite wird. Und da haben wir ja schon drüber geredet. Man muss Erste werden, um in die Relegation zu kommen und dann um den Aufstieg in die zweite Digga zu spielen. Und am Ende der Saison, Annika, werde ich vielleicht vier Relegationsspiele gucken. Und dann brauche ich aber sowas von Sauerstoffzelt. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß auch schon, wer das dann halt da aufpustet wird. Aber ich meine, man kann es ja auch so betrachten. Eigentlich hat Mainz dann trotzdem, wenn man beides zusammenrechnet, am Wochenende gewonnen. Das ist korrekt, ja. Ich meine, komische Zahlenspiele kann ich auch. 9 zu 8 ist es ausgegangen. Ja, das ist völlig richtig. Möchtest du uns mal mitnehmen? Oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich nicht abhören. Ja. Ich habe es vorhin vergessen, aber ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen. Aber ich wollte noch kurz was zum Gold Cup bei den Frauen sagen. Da habe ich mir nämlich das Finale angeguckt zwischen den USA und Brasilien. Das Halbfinale zwischen den USA und Kanada war eigentlich überhaupt nicht zum Lachen, weil das eher Wasserball war als Fußball, wo sich irgendwie die halbe Welt fragt, warum das Spiel überhaupt stattfinden durfte. Aber jedenfalls... Weil es Fußball der Frauen ist. Wäre es ein DFB-Pokalspiel, Gladbach gegen Saarbrücken, wäre es abgesagt worden. Tja, tja, tja. Aber jedenfalls hat dann das Finale zwischen den USA und Brasilien normal gespielt werden können. Und ich meine, das war dann hier mitten in der Nacht. Und ich bin schon auch ein Nachtmensch, aber ich war halt auch irgendwie relativ fertig, weil gerade so viel los ist. Und ich war mir dann zwischendurch nicht sicher, ob es jetzt an meiner eigenen Fertigkeit und Wahrnehmung liegt oder ob es einfach wirklich so ein absurdes Spiel war. Ich glaube, es kam irgendwie beides so ein bisschen zusammen, weil was Brasilien da veranstaltet hat, also ich habe sie jetzt das erste Mal mit dem neuen Trainer gesehen, Arthur Elias, das war schon einfach ein bisschen krass. Also halt irgendwie nur so zwei Spielerinnen teilweise hinten, die verteidigen. Also sie sind irgendwie nominell in einem 3-4-3 aufgelaufen, aber ganz oft standen hinten nur zwei. Und dann haben sie die USA halt sowas von hoch und sowas von aggressiv gepresst. Und man hat irgendwie auch gemerkt, dass die USA also in den ersten Minuten damit überhaupt nicht klargekommen sind. Aber bei den Brasilianerinnen war halt alles so, oh, wir haben den Ball, dann müssen wir ihn jetzt innerhalb von einer Sekunde ganz weit nach vorne schlagen. Und dann war er halt weg. Also es war einfach richtig, richtig hektisch und unsauber auf beiden Seiten. Und gleichzeitig sind da aber natürlich auf beiden Seiten auch technische Superspielerinnen, die dann, wenn sie von drei oder vier gleichzeitig gepresst werden, sich mit teilweise so krassen Dribblings da rauslösen. Also es war völlig, völlig absurd einfach nur. Naja, und dann hat am Ende, oder was heißt am Ende, es hat in der zweiten Halbzeit war das, glaube ich, oder war es noch Ende der ersten Halbzeit, auf jeden Fall ein Kopfballtor von Lindsay Horan, das Spiel im Grunde genommen entschieden. Und ja, man hat dann, also es war schon so ein sehr taktisch geprägtes Spiel. Ich fand, man hat bei den USA sehr gut gesehen, dass sie seit der WM, na ja, zumindest ihr Pressingverhalten, ihr eigenes, würde ich sagen, verbessert haben. Aber so das Kombinationsspiel noch nicht unbedingt. Also da gibt es auch immer noch die gleichen Aufstellungsentscheidungen, die dann da heiß debattiert werden von JournalistInnen wie Fans. Aber ja, also es war ganz interessant, das mal so als Zwischenstand zu sehen. Aber wie gesagt, auch gleichzeitig einfach so ein super merkwürdiges Spiel, zumal auch die Schiedsrichterin immer ewig lange gebraucht hat, wenn es eine Unterbrechung gab, bis sie den Ball wieder freigegeben hat. Und dadurch gab es halt diese super wilden, intensiven Spielphasen und dann zwischendurch halt fast so, also fast schon wie beim American Football einfach, wenn sich alles neu aufstellt und nichts passiert. Also ganz, ganz seltsam. Naja, das wollte ich nur kurz erzählen. Aber damit würde ich sagen, wechseln wir doch dann mal in unsere Themen. Yes. Und kommen zum DFB-Saisonreport für die Bundesliga der Frauen in der Saison 2022-23, die da übertitelt wurde mit eine Saison voller Rekorde. Mara. Genau, wir haben euch da mal ein bisschen was draus zusammengeschrieben. Also wir sprechen natürlich von der Saison direkt nach dem EM-Erfolg. Die letzte Saison mit dem alten TV-Vertrag. Der neue wurde im Oktober 2022 bekannt. Das heißt, die Vereine wussten also schon, dass es in Zukunft mehr Geld geben wird. Besonders spannend wird in der Hinsicht also der nächste Saison-Report sein, weil man dann bei den Finanzen den Vergleich zum tatsächlich jetzt vorhandenen Spielraum hat. Es gibt in dem Report die Themenschwerpunkte Spielbetrieb, Medien und Finanz. Zu den Publikumszahlen kann man sagen, insgesamt waren es 359.404 Zuschauende. Im Vergleich zur Vorsaison, da waren es 106.420. Im Durchschnitt sind das 2.723 pro Spiel, im Vergleich zu vorher 982. Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Durchschnittszahlen hochgezogen werden von diesen sogenannten Highlight-Spielen. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, das hat ein bisschen was mit Schönfahrbereit zu tun, wenn man die in die Highlight-Quatsch, in die Durchschnittszahlen mit reinnimmt. Andererseits kann man sie auch schlecht rauslassen. Man muss es einfach nur im Hinterkopf behalten. Aber selbst wenn man die Highlight-Spiele also rausrechnet, gibt es einen klaren Aufwärtstrend, was die Durchschnittszuschauenden angeht. Und noch ganz kurz das Thema mit dem Publikums-Schnitt abgeschlossen. Bevor ich dann an dich mal abgebe, Annika, den besten Heim-Publikumsschnitt haben die Vereine, bei denen es Liga-Partien in den großen Stadien gegeben hat, logischerweise, also Frankfurt, Wolfsburg und Köln. In Köln gab es mit 38.365 auch den neuen Rekord. Den schlechtesten Schnitt hatten in der Saison in absteigender Reihenfolge Potsdam, Duisburg und Leverkusen. Deutschland liegt damit hinter der WSL mit etwas mehr als der Hälfte der Gesamtzuschauendenzahl und knapp besser als Spanien, deutlich besser als Frankreich. Wobei man noch sagen kann, das ist allerdings nicht aus dem Saisonreport logischerweise, sondern das haben wir gefunden bei TwoCircles.com. In Spanien und in Frankreich hat es insgesamt auch eine positive Entwicklung gegeben. Die Liga in Spanien ist um 8 Prozent angewachsen im Durchschnitt von Zuschauenden und die in Frankreich um 14. Also das heißt Anstieg, ja, aber auf einem niedrigeren Niveau als in Deutschland. Möchtest du mal weitermachen, liebe Annika? Ich habe nämlich dann nochmal geschaut, was eigentlich der Vergleich zur aktuellen Saison so hergibt und da sieht es aus, dass vor dem Montagabendspiel gestern, weil ich die Zahlen eben am Montagvormittag irgendwann rausgesucht habe, also nicht ganz der 15. Spieltag abgeschlossen, waren es laut den Zahlen vom Kicker 260.564 insgesamt und ein Schnitt pro Verein bei Heimspielen von 2.895 im Vergleich zu, was hatten wir hier oben, 2.723. Also da wäre Stand jetzt ein leichter Anstieg bemerkbar. Es gibt allerdings, meine ich, in dieser Saison auch jetzt schon mehr oder mindestens genauso viele Highlight-Spiele wie letzte Saison in der ganzen, weil ich das jetzt nicht nochmal genau nachgezählt habe. Dann ging es in dem Report, wie gesagt, auch um das Thema Medien. Da wird natürlich besonders auf TV-Zahlen geschaut. Da wurden jetzt berücksichtigt die Zahlen von den öffentlich-rechtlichen Sendern und privaten Sendern, also oder anders ausgedrückt halt keine Streaming-Dienste, sondern halt tatsächliche TV-Sender, so kann man es, glaube ich, besser ausdrücken. Das heißt, Magenta ist da nicht drin und The Zone sowieso nicht, weil die in dem Jahr ja auch noch überhaupt nicht relevant waren. Es wurde insgesamt 82 Stunden lang über Spiele der Bundesliga der Frauen im Fernsehen berichtet. Das waren in der Saison dann circa zehn Stunden mehr als in der Vorsaison. Und dabei hat sich auch die Reichweite verbessert, also sowohl die Zuschauerzahl in totalen Zahlen als dann aber auch der Marktanteil und die Reichweite. Durchschnittlich haben 240.000 Zuschauende pro Spiel eingeschaltet. Die beste Einschaltquote hatte Bayern Wolfsburg, das hatten wir damals hier auch im Podcast in den Blitznews, mit 1,85 Millionen bei dem Top-Spiel. Ja, und dann gab es auch einen Anstieg bei Print- und Online-Berichterstattung, sowohl in der Anzahl, also 21 Prozent mehr Artikel, die da erschienen sind, als auch in den errechneten sogenannten Werbeträger-Kontakten, die um 22 Prozent gestiegen sind. Und das ist tatsächlich aber so ein Punkt, wo ich, also es gibt eine quantitative Zahlenauswertung, was mir da aber fehlt, um beurteilen zu können, wie wertvoll das ist, ist eine qualitative Auswertung. Also sind es dann Sachen, wo alle einfach nur die gleichen Agenturmeldungen überall übernehmen oder machen Leute da tatsächlich was Eigenes, schicken die Leute zu den Spielen, berichten die dann vielleicht auch irgendwie mehr über den Lokalsport, der bei ihnen vor Ort ist. Also es war jetzt so rein aus dem Report schwer zu beurteilen. Also vor allem, weil mich gewundert hat, dass da im No Front die Ruhrnachrichten so positiv herausgehoben wurden und ich mich so ein bisschen gefragt habe, wo das herkommt. Ja, vor allen Dingen ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, was wird alles quasi als Spieltagsberichterstattung mitgezählt? Also wenn du dann so sehr komisches, buntes rundherum hast, das ist der neue Freund von XY und wir haben ihn zuerst in diesem Stadion gesehen. Am Ende wird sowas auch mitgezählt. Also da wäre wirklich das Inhaltliche auch mal noch irgendwie ganz nett, wenn man das ein bisschen aufblättern würde. Ja, es ist natürlich auch schwierig, in so einem Papier tatsächlich alles abzudecken, was halt für sich alleine genommen eigentlich in jedem Jahr immer eine eigene Riesenstudie wäre. Das kann man natürlich auch anerkennen. Aber genau, kommen wir mal zu dem saftigsten Punkt, nämlich dem der Finanzen, was ja das ist, was eigentlich immer so das ist, was so jedes Jahr mit am meisten interessiert. Möchtest du vielleicht mal wieder kurz übernehmen? Dazu muss man anmerken, dass die Rückschlüsse ein bisschen weniger gut möglich sind, als das in der Vorsaison der Fall war. Und zwar liegt das daran, dass bisher getrennt wurde nach Lizenzvereine, Vereine mit Männerabteilung in der dritten Liga und eben den eigenständigen Vereinen. Und dadurch konnte man ganz gut die Lücke nachvollziehen, die es eben finanziell zwischen diesen Formaten gibt, weil aber in der Saison mit der Turbino und Essen nur noch zwei eigenständige Vereine eben in der ersten Liga der Frauen waren, hat man sich dagegen entschieden, um zu verhindern, dass eben konkrete Rückschlüsse auf die Finanzen dieser Vereine getätigt werden können, weil das natürlich nicht gewollt ist. Trotzdem wäre es für die Zukunft aber wünschenswert, dass man da insgesamt transparenter vorgeht, weil ja die Lizenzvereine zum Beispiel auch Berichte veröffentlichen müssen. Und dann geht es eben eher darum, nachvollziehen zu können, wo genau da die Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich der Frauen jeweils auftauchen. Also wie an vielen anderen Punkten auch, wäre mehr Transparenz da einfach die schönere Variante. Und weil das so ist, wie Mare euch das jetzt erklärt hat, müsst ihr bei allen Werten, die wir jetzt in den nächsten Minuten nennen, immer im Hinterkopf behalten, dass es eben Durchschnittswerte pro Verein sind und dass es aber eigentlich wahrscheinlich sehr große Schwankungen mindestens mal zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Also eben den Lizenz- beziehungsweise Drittliga-unterstützten Verein und den Eigenständigen. Und ihr müsst auch im Hintergrund behalten, dass wir euch diese Studie natürlich verlinken, weil das sind jetzt sehr, sehr viele Zahlen. Und wenn ihr denkt, um Himmels Willen, das rauscht jetzt gerade irgendwie ein bisschen sehr an mir vorbei, kann ich mir das irgendwo noch mal in Ruhe angucken, ja. Ja, es gibt einen neuen Rekord bei den Erträgen, aber das muss man direkt hinterher sagen, es gibt eben auch einen neuen Rekord bei den Ausgaben. Und nach wie vor sind die Ausgaben sehr viel höher als die Einnahmen beziehungsweise Erträge. Wenn man die Erträge aller Vereine zusammenrechnet, kommt man auf Gesamterträge von 25 Millionen Euro. Das sind im Durchschnitt etwas mehr als 2 Millionen Euro Erträge pro Verein. Bei den Ausgaben ist die Gesamtzahl im Bericht spannenderweise nicht angegeben. Wenn man aber da den Durchschnittswert von etwas unter 3,8 Millionen Euro zusammenrechnet auf die zwölf Vereine, dann landet man bei 45,5 Millionen Euro. Und das bedeutet, wenn man das mit der Vorsaison vergleicht, dass in der Saison 2022, 2023 jeder Verein im Schnitt 900.000 Euro mehr ausgegeben hat als in der Saison davor. Und in der Saison davor war das durchschnittliche Minus pro Verein 1,5 Millionen Euro. In dieser Saison, die im Report betrachtet wird, sind es 1,78 Millionen Euro. Das heißt, da sieht man eben, dass das Minus durchschnittlich pro Verein größer wird. Die Aufwendungen, also da, wo sich die Ausgaben daraus ergeben, steigen in allen Bereichen besonders stark. Also es ist da aufgeschlüsselt, dass es verschiedene Sachen gibt, die nochmal extra aufgeführt werden in so einer Grafik. Der größte Bereich ist Personalaufwand, Spielbetrieb. Also darunter fallen dann zum Beispiel Spielerinnengehälter, aber auch, ja, alles, was irgendwie mit dem Staff, also mit dem Team, hinter dem Team zu tun hat. Und wenn zum Beispiel neue Positionen geschaffen werden im Staff, dann fällt es da auch mit rein. Das heißt, man kann daran erkennen, dass einerseits die Spielerinnengehälter steigen, andererseits aber auch einfach, ja, so Sachen greifen, die über die Lizenzierung laufen, dass da eben neue Personalpositionen im Grunde genommen hinzugekommen sind in den letzten Jahren. Dieser Sammelposten macht 54 Prozent der Aufwendungen aus und hat sich laut DFB in den letzten fünf Spielzeiten um 95 Prozent gesteigert, also fast verdoppelt. Und was sich natürlich positiv auswirkt auf Einnahmen sind die Publikumszahlen, die wir schon angesprochen hatten, oder auch das gestiegene Sponsoring-Interesse direkt nach der EM und eben auch mit der Ankündigung, so es wird Highlight-Spiele geben und so weiter. Ein Satz aus dem Report ist, Zitat, Liquiditätsprobleme entstehen weiterhin nicht, weil die Lizenzclubs die Fehlbeträge ausgleichen können. Zitat Ende, was für die Lizenzclubs sicherlich ganz angenehm ist, für alle anderen aber eben irgendwie nicht, weil diese Schere, auch wenn man die jetzt eben anhand dieser Zahlen nicht konkret sehen kann, garantiert da weiter auseinandergegangen ist, als sie vorher sowieso schon war. Und ja, also es ist einerseits, es ist halt wirklich eine schwierige Kiste, weil einerseits stimmt es halt schon, dass, glaube ich, verstanden werden muss, dass das halt in diesem ganzen Bereich Geld ausgegeben werden muss und investiert werden muss. Und das deswegen, also in dem Report vom DFB, klar wird es dann als so positiv, es wird halt Geld reingebracht und so, das ist alles toll, yeah, yeah, yeah. Aber es hat nur mal eben auch gleichzeitig die negative Seite, dass es sich nicht selbst trägt und dass es sich immer weniger selbst trägt. Und da, das war das, was du ja auch eingangs gesagt hattest, wird es dann eben ab nächster Saison interessant mit dem neuen TV-Vertrag. Ich glaube nicht, dass es sich dadurch dann auf einmal selbst trägt, aber vielleicht, ja, würde sich zumindest daraus dann mal ein kleiner Rückfluss ableiten lassen, dass es wieder ein bisschen weniger auseinanderklafft oder so. Das muss man mal abwarten. Ja, und was natürlich auch interessant wäre vor dem Hintergrund, wäre, wann der DFB denn mal sein neues Papier vorstellt, an dem er ja wohl seit was einem guten Jahr arbeitet, im verborgenen und im vertrauensvollen Austausch mit den Vereinen. Genau, also weil darin soll es ja auch durchaus darum gehen, dass die Ausgabenseite eben nochmal gesteigert wird, also durch sowas wie Mindestgehälter für die Spielerinnen, was natürlich absolut zu begrüßen ist. Aber man muss halt eben auch mal das Thema anpacken, wo das Geld herkommen soll. Mutmaßlich ist da ja von einem Investor die Rede. Ihr habt das jetzt sicherlich auch schon in mehreren Publikationen der letzten Tage oder inzwischen sogar Wochen lesen können. Aber es wäre halt auch da, also wir haben das Thema Transparenz angesprochen, vielleicht einfach ganz gut, wenn man ein bisschen weniger ein Geheimnis um Dinge machen würde und damit jetzt langsam mal rauskäme. Das wäre doch am 8. März eine schöne Überraschung gewesen, nicht den Saisonreport, sondern den Wachstumsplan irgendwie rauszugeben. Stattdessen kamen der Saisonreport und die Verkündung des neuen Bundestrainer der Frauen. Ich muss das an der Stelle nochmal sagen, weil ich es wirklich, weil ich es einfach wirklich nicht gut fand. Also ich kann mir vorstellen, dass es im DFB Leute gibt, die dachten, das wäre eine spitzen Idee, das an diesem Tag zu machen. Ich finde, dass genau das Gegenteil der Tag ist, weil das ein Datum ist, an dem so viele wichtige Themen besprochen werden müssen. Und deswegen ist das auch gar nicht so witzig gemeint, also dass ich da mit dem Wachstumsplan noch eher was hätte anfangen können, weil da geht es dann nämlich um sowas wie Gender Pay Gap und keine Ahnung was. Also darum eben endlich auch mal eine ordentliche Bezahlung bei den Frauen hinzubekommen. Aber also den neuen Trainer an dem Tag zu announcen, fand ich nicht besonders glücklich geworden. Das ist Christian Wück, den sicherlich mehr Leute aktuell schon kannten, als noch vor ein paar Monaten, weil er eben mit der U17 der Männer wohlgemerkt gerade einen Titel geholt hat. Seine Co-Trainerin wird Maren Meinert. Wück bleibt aber erstmal noch bei der U15, die er neuerdings betreut, weil ja bekanntermaßen Horst Rubesch mit den Frauen zu Olympia nach Paris fahren wird. Was gleichzeitig bedeutet, dass er jetzt auch die Spiele in der EM-Qualifikation ab April mit ihnen machen wird. Und nach Olympia wird Wück dann übernehmen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Annika. Wir hatten das schon angekündigt. Es wird im Laufe der Woche bei der Bolzi noch einen Text geben zu dem Thema. Wir haben uns ja geschworen, dass wir die Sachen, die wir da machen, nur so machen, dass wir darüber nicht zusammenbrechen in Sachen Belastung. Deswegen gibt es den Text bisher noch nicht. Aber es wird ihn geben. Gibt es trotzdem irgendwas, was du dazu aktuell schon sagen möchtest? Oder wie? Oder was? Nee, tatsächlich nicht. Ich sehe das, was die Kommunikation und das Datum angeht, schon auch so wie du. Also vielleicht kann man da irgendwie noch hinzufügen, dass es ja auch so ist, dass nicht nur Redaktionen, sondern auch viele Vereine, viele Orgas, einfach alle, die sich irgendwie mit Equality-Themen beschäftigen, für diesen Tag halt special Sachen vorbereiten, für die sie sich dann irgendwie die maximal mögliche Sichtbarkeit erhoffen, wo man sowieso schon immer so sagen kann, so naja, wenn das jetzt halt nicht irgendwelche Parteien sind, die sich sowieso immer damit auseinandersetzen, warum verteilt ihr das irgendwie nicht mal ein bisschen besser aufs Jahr? Also es geht dann an dem Tag sowieso schon immer relativ viel in der Masse unter, was schade ist. Aber wenn dann natürlich doch so eine Nachricht kommt, die vielen Sachen auch einfach so, ich sag mal, die Luft absaugt, und naja, dann ist das nicht so ganz glücklich, finde ich. Also es gab ja zum Beispiel von den Vereinen auch eine Kampagne, das habe ich irgendwie dann auch erst so mit ein paar Tagen Verspätung mitbekommen, zu Brustkrebs-Awareness, so, was ich irgendwie an sich total cool fand, dass es da diese QR-Codes gab, die man irgendwie an verschiedene Stellen kleben konnte, also was ja irgendwie auch einfach ein super wichtiges Thema ist zum Beispiel, was halt sehr gut zu diesem Tag passt, nur um das nochmal zu bestärken. Was so die Person an sich angeht, ja, weiß ich nicht. Ich habe da tatsächlich im Moment einfach noch nicht so super viele Gedanken dazu. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich natürlich die Sache mit dem U17-WM-Titel und so weiter schon mitbekommen habe, aber in der Zeit bei mir halt irgendwie eine Million andere Sachen gerade anstanden. Und deswegen habe ich tatsächlich halt nur Teile von dem Finale gesehen mit dem Elfmeterschießen, aber ich habe halt so bisher keine wirkliche Vorstellung davon, was Christian Wirk vielleicht für einen Fußball gerne spielen lässt, ob er da irgendwie eine bestimmte Vorliebe oder Philosophie hat oder nicht. Ja, deswegen weiß ich nicht, dass ich so das ganze Sportliche glaube ich einfach tatsächlich mal so echt auf mich zukommen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer jetzt schon sehr geliebten Rubrik, nämlich Petra Tabarellis Nachspielzeiten. Wir befinden uns im Jahr 2024 nach Christus. Auf der ganzen Erde ist ein Handspiel für alle SpielerInnen beinahe immer strafbar im Fußball. Beinahe immer? Nein. Es gibt eine Person pro Team, die den Ball ganz selbstverständlich und viele Male im Spiel mit der Hand berühren darf. Und manchmal macht sie das sehr lange. Zu lange? Ja, es gibt eine Ausnahme. Also die Torleute dürfen natürlich den Ball mit den Händen fangen, um das Tor zu schützen. Das war tatsächlich schon immer so, also zumindest nach 1871, als mit dem Faircatch die letzte Form des Handspiels für alle verboten wurde. Wo dieses Handspiel der Torleute erlaubt ist, das hat sich durchaus verändert in der Zeit. Denn am Anfang gab es gar keine Begrenzung. Es war einfach nur die Bedingung, dass das Handspiel nur dann erlaubt war, wenn eben eine Torchance vereitelt wurde. Theoretisch konnte man das auch in der gegnerischen Hälfte machen. Es wurde dann 1882 auf die eigene Hälfte begrenzt, immer noch ganz schön viel Raum. Und 1912 dann auf den Strafraum, so wie es heute auch ist. Eine andere Vorgabe betraf das Tragen des Balles. Denn das ist ja der zentrale Unterschied zwischen Fußball und Rugby. Und diese wichtige Unterscheidung bedingt, dass diese eine Person pro Team, die am Anfang noch gar nicht Torhüter, Torhüterin genannt wurde, dass diese eine Person pro Team, die den Ball eben zum Schutz des eigenen Tores mit der Hand spielen darf, diesen aber nicht tragen darf. Shall not carry. Das blieb auch so bis 1931, wobei ab schon 1883 in einer kleinen Fußnote klargestellt wurde, dass Carry erst ab dem dritten Schritt beginnt. Zwei Schritte waren also erlaubt zu gehen mit dem Ball im Arm. Und ab 1931 wurden dann aus den zwei Schritten vier Schritte. Aber diese vier Schritte kann man auch ganz langsam gehen. Und um Zeitspielen zu unterbinden, wurde dann aus dieser Schrittanzahl eine Zeitangabe. Aus vier Schritten wurden nämlich sechs Sekunden. Und das ist noch gar nicht so lange her, das wurde 2000 geändert. Aber wir wissen auch, wie das jetzt alles so ist. Auf die sechs Sekunden wird nicht wirklich geachtet. Und deshalb wird nun getestet, sie strenger im Blick zu haben. Aber dafür, so gibt es quasi so ein kleines Wie-kommen-euch-entgegen-Goodie, wird die Dauer auf acht Sekunden verlängert. Letztendlich aber eine Verkürzung, wenn man da überlegt, dass normalerweise vielleicht zehn Sekunden der Ball gehalten wird. Und das als üblich sich anfühlt. Die Sache ist, wird das auch schon gleich bei der EM jetzt im Sommer, der EM der Männer getestet. Dann wäre es aus meiner Sicht wirklich wichtig, dass es gut und verständlich vorher erklärt wird, denn nicht, dass es so läuft, wie bei der Änderung der Strafstöße im Jahr 2019 erinnert euch vielleicht, als begonnen wurde, exakt auf den Ort der Füße zu achten. Verwarnungen und wiederholte Strafstöße waren die Folge. Ob das, wie gesagt, was bringt mit dieser Regeländerung oder dieser potenziellen Regeländerung, das wird sich zeigen. Denn es ist ja eben auch erstmal nur eine Testphase, das ist also quasi eine Beta-Version der Fußballregeln, in der geschaut wird, ob eben diese Idee praxistauglich ist. Wir werden sehen, ob das Zeitspiel dadurch wirklich eingedämmt wird. Ja, da habt ihr jetzt sehr, sehr viele Informationen dazu, wie sich die Handspielregel so entwickelt hat. Ihr findet den Text natürlich von Petra auch wie immer bei uns auf der Bolztribüne, verlinkt in den Shownotes. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Blitz-News, liebe Mara. Auf jeden Fall. Wir haben euch einen Text und beziehungsweise auch einen Beitrag verlinkt vom Deutschlandfunk zum Thema Multi-Club Ownership. Multi-Club Ownership, da haben wir hier auch schon mehrfach drüber gesprochen. Es geht diesmal um den FC Girona und Manchester City, also Spanien und England. Die könnten in der kommenden Saison beide Champions League spielen. Das wäre laut UEFA-Regeln immer so mit Absprüchen verboten, weil sie nämlich den gleichen Besitzer haben. Sprich, es droht Gefahr der Wettbewerbsverzerrung. Allerdings ist das eben nicht zum ersten Mal so, sondern das Thema gab es schon bei anderen Konstruktionen. Beliebtes Beispiel immer Red Bull und Rasenball. Also deutsche und österreichische Filiale haben natürlich aber gar nichts miteinander zu tun. Es geht immer um die Frage nach dem entscheidenden Einfluss. Also wie viel Einfluss ist entscheidend und damit winden sich die entsprechenden Vereine dann auch meistens raus. Aber ein paar Hintergründe und Beispiele und auch wieder so die Geldflüsse sind und so findet ihr eben in diesem Text Leseempfehlung von uns, spannendes und wichtiges Thema. Ja, dann ganz kurz, einfach nur um das sichtbar zu machen, weil Frauen im Fußball und so. Jennifer Schäfer wird neue Geschäftsführerin beim SV Waldhof Mannheim. Sie war vorher Leiterin der Geschäftsstelle im Verein. Und ja, es gab einen Bewerbungsprozess, bei dem auch irgendwie erst mit externen KandidatInnen gesprochen oder danach gesucht wurde. Aber dann irgendwann hat man sich darauf besonnen, dass man ja die passende Kandidatin anscheinend schon längst im Verein hat. Also es erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an die Geschichte von Christina Rülhamers auf Schalke mit etwas anderen Positionen natürlich. Aber es ist schon sehr vertraut, dass es dann oft eine Weile braucht, bis so dieses Zutrauen dann da ist, das doch einfach mal zu probieren. Ja, dann haben wir euch zwei Texte zum sogenannten Sommermärchenprozess verlinkt, über den wir hier zuletzt auch schon mehrfach gesprochen haben. Im Tagesspiegel wird der Stand des Verfahrens besprochen und auch, dass es für den DFB gar nicht positiv wäre, wenn sich Gericht und Anklage außergerichtlich einigen erinnert. Vielleicht daran, dass wir da letzte Woche drüber gesprochen haben, dass das durchaus eine Option sein könnte. Dann wird nämlich nicht aufgeklärt, ob es sich bei dem Geld jetzt um Betriebsausgaben handelt oder nicht. Und der DFB bekäme seine 22,75 Millionen Euro Steuern nicht zurück. Siehst du, wenn ich das sehe, dann kommt mir doch im Nachgang der Termin bei meiner Steuerberaterin und die Rückzahlung, die ich leisten muss, schon gar nicht mehr so schlimm vor. Und nochmal, Sommermärchen ist eigentlich ein fürchterliches Wort und das ist so schrecklich, dass es durch diesen Prozess jetzt irgendwie weiter und weiter und weiter lebt seit fast 20 Jahren. Uli Hoeneß soll jetzt in den Zeugenstand. Auch das hatten wir schon angeteasert. Jetzt ist es eben tatsächlich so, weil er im Doppelpass damit kokettiert hat, mehr darüber zu wissen, was mit dem Geld passiert ist. In einem Artikel von der Rundschau, den wir euch verlinken, geht es außerdem darum, dass Schmidt und Niersbach vor Gericht so ziemlich Vorwürfe ausgepackt haben, wie lange sie da jetzt irgendwie schon durch die Mangel genommen werden und wie fürchterlich das alles ist und was das mit ihnen macht. Während Theo 20er wohl eher so im Angriffsmodus irgendwie zu sein scheint und die ganze Zeit allen Bescheid gibt, was das alles für ein Stuss ist und wie unmöglich sie behandelt werden. Vielleicht sollte man, das klingt irgendwie nach ganz guter Unterhaltung, vielleicht sollte man mal zu so einem Prozesstag fahren. Annika, was hast du denn vor? Nächste Woche setzen wir uns mal ins Gericht. Nein, das ist natürlich eigentlich alles gar nicht so witzig, aber ich meine, teilweise ist das dann doch wieder witzig. Dann liest man irgendwie diese Texte und ich meine, also Leute sind ja nicht vor Gericht, weil die Richter Langeweile haben, also vielleicht manchmal auch, aber wenn sich dann halt irgendwie Leute so hinstellen und fürchterlich darüber aufregen, dass man versucht, da Sachen irgendwie so aufzuklären, wo ich mir so denke, ja gut, also dann hättet ihr das ja auch einfach schon vor Jahren halt sagen können, was Phase ist. Aber egal, mach du doch mal weiter, Annika. Ja, wir hatten letzte Woche das ja auch von Fabrizio Romano, dem sogenannten Transferexperten, dass es eben die Vorwürfe gegen ihn gibt, dass er Vereinen und Spielern anbietet, sie ins Gespräch zu bringen gegen Bezahlung. Jetzt haben der FC Kopenhagen und Valerenga Oslo diese Vorwürfe bestätigt. Dazu verlinken wir euch auch einen Artikel bei Spox. Also wenn wir 1.000 Euro pro Tweet bekämen, Annika, das wäre nicht so schlecht. Wir stellen das mal als Geschäftsmodell in den Raum. Wir bieten unseren Hörerinnen an, sie in Tweets zu erwähnen für deinen Schnäppchenpreis von 1.000 Euro. Ja, bei Common Goal auf Instagram gibt es eine sehr schöne Zusammenfassung, um auch mal was Positives mit reinzubringen zum Thema Empowering Expectancy, wo sie also zurückschauen, wie sich das Thema Schwangerschaft im Profifußball verändert hat in den letzten Jahren. Und man sieht da eben, dass in einer gar nicht so langen Zeit, nachdem sich lange gar nichts bewegt hat, jetzt eben viel Bewegung reingekommen ist. Bei einer FIFPro-Umfrage von 2017 waren nur 2% der Spielerinnenmutter, 45% planten für Elternschaft, ein früheres Karriereende. Also früher im Sinne von, ich höre dafür früher auf, als ich es sonst tun würde. Und die auch dank FIFPro dann ab 2021 installierten neuen Regeln bei der FIFA sind da natürlich ein Meilenstein und haben noch mal eine besondere Auswirkung, natürlich in den Ländern, in denen es gesetzlich eben da den Schutz beispielsweise nicht so gut gibt, wie es ja hier in Deutschland der Fall ist. Dann haben wir eine Meldung zur kommenden EM der Männer, der UEFA Euro. Da gibt es nämlich erstmals einen Sportwettanbieter als Sponsor. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sich eigentlich vor noch nicht allzu langer Zeit, nämlich im November 2023, staatliche Stellen, also Bundesregierung, Länder und die Host-Cities der EM hier in Deutschland, sowie Veranstalter, nämlich UEFA, DFB beziehungsweise die Euro 2024 GmbH in einer Menschenrechtserklärung für diese EM unter anderem dazu verpflichtet haben, dass, naja, Menschenrechten, Priorität eingeräumt wird und sich mit allen Risiken oder Bedenken auseinanderzusetzen ist, die im Zusammenhang mit der UEFA Euro 2024 auftreten könnten. Nun ist natürlich hinlänglich bekannt und wir haben das hier auch schon mehrmals in verschiedenen Formen thematisiert, dass Spielsucht ein sehr großes Problem ist, besonders für Sport- und Fußballfans und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, gibt es scharfe Kritik an dieser ganzen Geschichte vom Bündnis gegen Sportwettenwerbung und von Transparency International. Wir verlinken euch dazu eine Mitteilung vom Bündnis gegen Sportwettenwerbung. Und noch ein Thema rund um die anstehende EM der Männer. Es wird zu Gehörlosenkultur und Gebärdensprache das Projekt Flipkick geben. Das sieht so aus, dass in Workshops gehörlose und höherbehinderte Fußballfans hörende Fans zu Grundlagen der deutschen Gebärdensprache sensibilisieren. Die Begriffe werden in Videos festgehalten und als kindgerechte Daumenkinos gedruckt und während der EM an Fußballfans verteilt, unter anderem da, wo eben die Spiele stattfinden, um für dieses Thema eine größere Sensibilität zu erreichen. Ja, dann haben wir noch eine kurze Meldung zum vergangenen Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Da war es nämlich so, dass das Brent Hanobard zum ersten Mal überhaupt ausverkauft war beim Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. 5.750 ZuschauerInnen waren dabei zum ersten Mal bei einem Fußballspiel der Frauen. Der erste FFC Frankfurt hat es nämlich vorher nicht geschafft. Genau, und dann haben wir eine kurze Content Warning zum Thema Sexismus im Fußball und dazu haben wir drei kurze Meldungen. Zum einen hatte uns auch wieder Corinne, vielen Dank an der Stelle, ein kleines Video geschickt aus der Schweiz, was man hier leider gar nicht schauen konnte, aber mittlerweile haben es die Kolleginnen auch auf Instagram hochgeladen und da funktioniert das eben. In dem Video erzählen drei Frauen über Erfahrungen mit sowohl personenbezogenen als auch strukturellen Sexismus. Eine von ihnen ist die Spielerin, von der wir hier neulich schon berichtet haben, die sich vorm Spiel mit Stöhnen, Lauten und übergriffigen Kommentaren auseinandersetzen musste. Es geht aber eben, wie gesagt, auch um strukturellen Sexismus und was echt krass ist an dem Video ist, dass sie dann auch den Präsidenten des Schweizer Fußballverbandes interviewen, der halt so mehr oder weniger sagt, ja, also früher war es ja alles noch schlimmer. Das zeigt mal wieder sehr deutlich auf, was es halt eben auch für ein Problem ist, wenn solche Leute in Machtpositionen sitzen und einfach nicht mal erkennen, was die Problematik ist. Außerdem auf Instagram hat sich die finnische Stürmerin Linda Seilström von Vizieux GIK zu sehr aggressiven und sexistischen Beschimpfungen geäußert, den sie und ihre Mitspielerinnen vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Göteborg im schwedischen Svenska Cup ausgesetzt waren. Die Spielerinnen sind laut eigenen Aussagen wirklich 90 Minuten lang verbal angegriffen worden und sind nach dem Spiel sogar hingegangen zu den Fans, um mit ihnen zu sprechen, woraufhin die Fans erst richtig eskaliert sind. Das alles wohlgemerkt. In Schweden und der Verein hat dazu eine Stellungnahme veröffentlicht. Ich finde es total wichtig, dass Spielerinnen sowas mit einer, mein Eindruck zumindest, also mit einer steigenden Kurve auch berichten hinterher und das öffentlich machen. Und ein drittes Thema bei Sporting, die Quijon ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Putzvideo hat da ziemlich für Aufruhr gesorgt. Die haben ein Mädchen wohl aus einem der Mädchenteams auch mit echt so einem Putzeimer und so einem alten, nur so der Schrubberkopf von so einem Besen und damit rutscht sie halt auf Knien rum und scheuert so die eine Linie vom Rasen weg. Und es hat also echt so, so Aschenputtelanmutungen echt, also nicht einfach nur so, wie man das halt aus diesem Märchen kennt, wie Aschenputtel immer so auf den Knien sitzt und da so schrubbt. Also es wirkt halt einfach schon so ein bisschen grotesk und die eigentliche Idee war halt gar nicht so eine doofe. Sie wollten halt den Mittelkreis gerne ins Venus-Symbol machen, aber irgendeine, ich habe es auch optisch nicht ganz verstanden, irgendeine von den Linien musste dafür erst weg. Und deswegen zeigen sie sie halt erst, wie sie dieses Ding wegscheuert und dann zeigen sie sie halt, wie sie hier mit dem kleinen Wegelchen eben die weißen Linien auf den Rasen neu macht. Aber es gab natürlich einen ziemlich, ja, öffentlichen, so Verbal-Arschtritt dafür, dass halt das Ganze mit Putzen anfängt. Und das war halt also anlässlich des 8. Märzes. Ja, ist sicherlich anders einzusortieren als die beiden anderen Geschichten, um das auch einfach mal dazu zu sagen, sondern da geht es halt darum, dass manchmal sich auch aus Fehlverhalten einfach Lernprozesse dann sehr schnell ergeben und es gab dann auch sehr umfängliche Entschuldigungen und also man hat sich quasi darin überboten, wer jetzt irgendwie schuld daran ist, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber zeigt halt einfach auch, dass man für gewisse Dinge noch eine höhere Sensibilisierung braucht und dass es vielleicht manchmal auch wichtig ist, dass man, weiß nicht, auch mal jemanden, jemanden, der sich vielleicht ein bisschen besser mit sowas auskennt, noch dazu befragt, diese coole, spontane Idee, die ich hatte, ist sie wirklich so cool, wie ich spontan dachte oder ist sie vielleicht auch einfach totaler Schrott? Ja, und also ich finde, bei sowas hängt dann ja auch irgendwie immer viel daran, wie im Nachhinein damit umgegangen wird. Also das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, sondern du. Vielleicht kannst du da noch was dazu zu sagen. Ansonsten ist es eher eine allgemeine Aussage, dass man ja dann tatsächlich auch einfach so ein, ja, das war ein Fehler und zwar deshalb und das erkennen wir an und das haben wir halt erst gelernt, weil uns das jetzt Leute erklärt haben, dass man das ja öffentlich machen kann und dann nicht einfach nur das Video oder was auch immer man falsch oder nicht richtig gemacht hat, irgendwo unkommentiert stehen lässt, sondern das dann ja tatsächlich nachbessert oder ausbessert oder kommentiert und so, dass das dann vor allem aber Leute auch sofort sehen, wenn sie darauf stoßen. Und dann ist es nämlich, dann ist es nämlich ein Lernprozess vielleicht auch wieder für noch mehr andere Leute in dem Moment. Naja. Das Video zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich es mir angeschaut habe, vor zwei, drei Tagen stand noch überall, das ist halt natürlich auch jetzt in die ganzen Berichte eingebettet, aber, also ich fand das dann immer abzüglich dessen, was halt vielleicht verloren geht, wenn man das mit so einem automatisierten Tool wie Diepel halt übersetzt, aber es wirkte schon aufrichtig, dieses mit dem, sich keine Gedanken machen schützt, irgendwie vor Tadeln nicht, aber das, also einfach so dieses, die Linie musste weg, so, wir haben uns keine Gedanken drum gemacht, wie das wirkt, wenn man halt das Mädchen da so putzen lässt, aber dann zumindest, dass man den Eindruck hatte, sie haben jetzt begriffen, wie es wirkt. Und ich habe mir dann nur so gedacht, dieses arme Mädchen, auch wenn die das nächste Mal da irgendwie zum Verein kommt oder irgendwie die Schule oder keine Ahnung und alle haben dieses Video gesehen, wie sie da auf, echt, die rutscht auf den Knien halt mit diesem Schrubber rum, so putzt doch auch niemand, wir sind doch nicht irgendwie, ich weiß nicht, wozu haben die Dinger denn Stiele, weißt du, wer rutscht denn auf allen Vieren über den Boden? Also, keine Ahnung, das mache ich, wenn ich es ganz doll im Rücken habe, aber doch nicht irgendwie so ein Kind. Es war also sehr bizarr einfach. Ja, na gut, gehen wir mal weiter. Wir hatten hier ja auch schon darüber gesprochen, dass es bei der TSG Hoffenheim bei den Frauen eine Neuausrichtung ab Sommer gibt und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass Theodoros Dedes als neuer Trainer zur kommenden Saison verpflichtet wurde. Stefan Lerch wird, wie bereits bekannt gegeben, dann eben nur noch, in Anführungsstrichen, nur sportlicher Leiter sein. Aktuell hat er noch eine Doppelfunktion und ist gleichzeitig Trainer, wie ihr alle wisst. Und Dedes kennen einige von euch vielleicht noch aus seiner Zeit bei den Frauen des SV Meppen. Mit denen ist er nämlich zweimal aufgestiegen. Nach dem zweiten Aufstieg ist er dann allerdings zu den Männern von Waldhoff-Mannheim gewechselt, als Co-Trainer. Und das, was ich noch so erinnere, ist, dass Meppen mit ihm recht offensiven Fußball gespielt hat. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Das passt ja so von der ungefähren Idee dann schon auch irgendwie an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Naja. Genau. Und apropos Hoffenheim, die haben auch rund um den 8. März ihr Magazin lauter ja Themen gewidmet, die sich an diesem Tag ganz gut andocken lassen. Also unter anderem gab es so ein Doppelinterview, in dem es dann auch so um Mutterschutz, Vaterschutz, also ist eigentlich beides theoretisch möglich im Fußball und so weiter ging, war insgesamt, fand ich, war also das eine oder andere drin, was ganz spannend zu lesen war und was ich tatsächlich sehr spannend fand, es gab ein Interview mit Katja Kraus darin, in dem sie über Fußball gern mehr gesprochen hat. Unter anderem ging es da um Machterhalt und strukturellen Sexismus. Und sie hat auch darüber gesprochen, ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass es bei den TrainerInnen-Lehrgängen des DFB seit einiger Zeit so ist, dass zusätzlich zu den Leuten, die über die reine Qualifikation reinkommen, bis zu zwei Personen noch über andere Wege reinkommen können, weil sie beispielsweise in ihrem Verein schon besonders viele tolle Sachen gemacht haben oder oder, also das ist genau festgeschrieben, womit man sich da quasi empfehlen kann. Man bewirbt sich dann auch nicht selbst, sondern der Verein bewirbt einen und genau, bis zu zwei Personen können in den verschiedenen Lehrgang, also bis hoch zu UEFA Pro Lizenz über dieses Verfahren mit reinkommen und das ist auch so ein bisschen deswegen gedacht, weil ja dieser ganz klassische Step-by-Step-Weg durch die verschiedenen TrainerInnen-Scheine kein ganz einfacher ist und weil, das kann man glaube ich schon so festhalten, es speziell für TrainerInnen auch schwierig ist, dann alle diese Voraussetzungen zu erfüllen. Das Interessante ist, dass der erste Lehrgang, in dem Nutznießende von diesem neuen Verfahren drin sind, bereits gestartet ist. Derjenige, den das diesmal im Positiven getroffen hat, ist Marc Unterberger von der Spielvereinigung Unterhaching, aber er ist eben der Einzige und das heißt ja, bis zu zwei Plätze gibt es. Andreas Rettig bedauert ausdrücklich in einem Text auf der Homepage des DFB, den wir euch verlinken, dass keine TrainerInnen dabei sind und in diesem Interview, deswegen erwähnen wir es hier und verlinken es euch auch, sagt eben Katja Kraus, die ja bekanntermaßen sehr gut vernetzt ist. Es hätte aber auf diesem zweiten Platz eben AspirantInnen, also eine weibliche TrainerInnen oder mehrere, das können wir nicht sagen, gegeben und ärgert sich eben darüber, dass wenn man die Leute dann nicht mit ins Boot nimmt, eben diese ganzen ja, wir wollen mehr Frauen in diese TrainerInnen-Ausbildung reinbekommen, nur Lippenbekenntnisse sind vom DFB, fand ich eine sehr spannende Geschichte und deswegen wollten wir sie hier mal teilen und werden euch die entsprechenden Texte, also sowohl aus dem Magazin der TSG als auch zu dem Pilotprojekt, als auch zum Start des ersten Lehrgangs und über diesen Start beziehungsweise diese sozusagen Wildcard gab es auch noch einen guten Text in der Süddeutschen, all das verlinken wir euch. Sehr richtig. Ja, dann gab es noch eine Meldung diese Woche, dass nämlich Elisa Senz im Sommer wechseln wird von Leverkusen zu Frankfurt. Ich fand es deshalb interessant, also ihr wisst ja, wir sprechen hier normalerweise nicht über Transfers oder zumindest halt nicht über alle. Ich fand es deswegen interessant, weil ja, also klar, Nationalspielerin vor allem, aber weil da in der einen Pressemitteilung des Vereins mit drin stand, dass die Ausstiegsklausel bei ihr gezogen wurde. Das gab es zuletzt ja schon bei Lena Oberdorf und also zumindest in meiner Wahrnehmung, so dass es halt auch kommuniziert wird, wird es zuletzt wichtiger und kommt häufiger vor. Man kennt es eigentlich oder ich kenne es irgendwie aus vielen Jahren Bundesliga der Frauen eigentlich so, dass Transfers eher stattfinden, wenn so ein Vertrag ausgelaufen ist und dass halt Verträge auch oft ja sowieso nicht über so besonders lange Zeiträume liefen und beides ändert sich halt gerade. Also die Vertragslaufzeiten werden länger und es scheint aber auch häufiger Ausstiegsklauseln zu geben oder ja, dass die gezogen werden dann tatsächlich auch einfach, wenn es da eine Einigung mit einem anderen Verein gibt. Deswegen haben wir das ja auch nochmal aufgenommen. Eine Nachricht, an die wir unsere Glückwünsche anschließen, ist, dass Freiburgs Trainerin Theresa Merck im Sommer Mutter wird. Der Verein selbst hat noch nicht weitergegeben, wie es genau weitergehen soll, sondern äußert sich folgendermaßen. Wir freuen uns sehr mit Theresa und ihrem Mann und wünschen ihnen schon jetzt nur das Beste für ihren neuen Lebensabschnitt. Das sagt die Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick. Wir werden Theresa wie gewohnt auch in den kommenden Wochen und Monaten unterstützen. Es gibt jetzt Meldungen von Sky, wonach Nico Schneck Theresa Merck ersetzen wird. Allerdings gibt es vom Verein noch nichts Offizielles dazu und deswegen auch keine Info darüber, ob das dann eine Interimslösung sein soll oder eine dauerhafte. Das heißt, wir behalten das Thema im Auge und melden uns dazu wieder bei euch. Die Halbfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen wurden terminiert und finden, das war ja schon vorher klar, über Osternstadt am Ostersamstag, den 30. März um 13 Uhr wird in Wolfsburg gespielt. Da tritt die SGS Essen an. Wenn ihr das auf dem Sofa verfolgen wollt, dann könnt ihr das nur bei Sky. Am Ostersonntag am 31. März um 15.45 Uhr spielt Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Das gibt es dann auch in der ARD zu sehen für alle, die da nicht ins Stadion gehen können. Dann zum Abschluss noch ein für Blitznews etwas längeres Segment, für das wir ein Content Warning setzen müssen, und zwar für Body Shaming. Es geht um Martha Cox, Nationalspielerin von Panama. Und die hat nämlich, also Panama hat ja beim Gold Cup auch mitgespielt, ist dann irgendwann ausgeschieden. und sie hat nach diesem Aus bei dem Wettbewerb ja ihren eigenen Nationalverband kritisiert. Sie hat ziemlich ausdrücklich gesagt, dass die Facilities, also die Trainingseinrichtungen nicht gut sind für eine professionelle Vorbereitung, Trainingsgestaltung. Und daraufhin wurde sie dann von ihrem eigenen Verbandspräsidenten, das ist Emanuel Arias, beleidigt und eben auch bodyschämend beschimpft. Kurze Anmerkung von mir dazu, es geht ein Zitat von ihm rum, das halt, das ist halt so irgendwie, dann zeigt dann irgendwie leider so ein bisschen, wie so Abläufe typischerweise sind. Das ist zum Teil halt irgendwie falsch übersetzt. Der Sinn stimmt aber schon so ungefähr. Ich werde jetzt hier nicht alles davon wiederholen, weil ich finde, dass es irgendwie auch einfach krass unter die Gürtellinie geht. Aber es war schon sehr, ja, eben sehr krass und heftig, was er gesagt hat. Der Verband hat sich öffentlich entschuldigt für das, was er gesagt hat. Ich habe nicht wahrgenommen, dass es auch von ihm persönlich eine Entschuldigung gab, aber musste mich da jetzt natürlich auch auf internationale Medien so ein bisschen verlassen, auf die Zusammenstellung. Martha Cox hatte in einem eigenen Statement die Möglichkeit in Betracht gezogen, aus der Nationalelf zurückzutreten gerade ist unklar, ob sie das machen wird. Sie hat dieses Statement über die Spielerinnen Gewerkschaft Panamas, das ist die AFUTPA rausgegeben und ja, hat sich nach der Beleidigung so geäußert. Nach der Weltmeisterschaft habe ich so viel mehr erwartet. Der Wunsch nach stetigen Fortschritten hat mich dazu veranlasst, mich nach der unglücklichen Leistung beim Gold Cup zu äußern. Wir sind die Ersten, die anerkennen, dass wir dem Niveau des Turniers nicht gewachsen waren, aber diese Selbstreflexion müssen nicht nur die Spielerinnen betreiben. Und ja, das ist leider etwas, das man nicht oft genug wiederholen kann. Ja, und damit kommen wir zu unseren diesmal wirklich sehr umfänglichen Leseempfehlungen, nachdem wir, war das in der letzten Sendung, wo wir nur eine hatten? Ich glaube schon, Und zwar empfehlen wir euch zum einen Annikas sehr, sehr lesenswertes Interview mit Livia Peng bei web.de zum unbedingten Nachlesen und außerdem ebenfalls von Annika ein Text über Sportkleidung und was das auch für eine feministische Komponente hat, dass Frauen ihre eigene Sportbekleidung bekommen und nicht einfach nur das weitergereicht bekommen, was es bei den Männern gibt. Das findet ihr bei sportschau.de. Beide Texte sind auch bei der Bolztribüne zu finden, so wie natürlich auch Petras Text über die Geschichte des Handspiels, den wir euch nochmal verlinken. Ja, und dann hat sie vorhin selber schon sehr viel zu dem Thema gesagt und dabei ganz unterschlagen, dass sie auch einen Text dazu geschrieben hat. Die liebe Mara, nämlich zu Reformen im deutschen Fußball der Frauen in der Jungle World, der auf sehr viele unterschiedliche Perspektiven eingeht und einfach krass pointiert ist und auch wirklich nochmal neue Sachen reinbringt zu dem, was ihr vielleicht woanders in den letzten Tagen und Wochen schon so gelesen habt. Also gebt euch das auf jeden Fall ganz, ganz dringende Empfehlung. Und ich kann da ja überhaupt nicht mit umgehen, wenn die Anika hier immer irgendwie so abzieht, aber vielen herzlichen Dank natürlich. Einen sehr schönen Text gibt es bei der New York Times von Rory Smith und zwar über den Club Bohemians in Dublin, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Social Causes ins Zentrum des eigenen Wirkens zu stellen und es heißt so schön im Teaser auf Englisch Critics say the hipsters have taken over but the approach has attracted fans around the world. Also KritikerInnen sagen, dass die Hipster sich den Club gekrallt haben, aber dieser Ansatz hat eben Fans auf der ganzen Welt angelockt. Es geht auch so ein bisschen darum, dass da natürlich so eine kapitalistische Komponente drinsteckt, weil die jetzt also ganz krass Trikots und auch anderen Merch verkaufen, aber ich fand es war irgendwie so ein sehr wohlfühliger Text und ein auch sehr toller Text in der Taz über das Warten auf Emma Hayes bei den US-Fußballerinnen. Das war noch vor dem Ende des Gold Cups, aber der ist auch jetzt noch lesenswert. Ja, dann gibt es bei Buten und Binnen einen Rückblick auf die Entstehung des Fußballs der Frauen bei Werder Bremen. Da gab es bei Instagram auch ein Video, das da die Tage kursierte. Ja, einfach sehr spannend, das mal so zu sehen. Also, es hat ja zum Teil auch einfach mit Stadtgeschichte natürlich auch zu tun und mit Personen, die auch in dieser Stadtgeschichte wichtig waren. Und es lohnt sich tatsächlich auch auf der Homepage von Buten und Binnen das ganze Video anzuschauen, weil ehrlich gesagt, also, ich habe mich sagen, es ist nicht, also, ich finde es nicht ganz fair geschnitten, dieses kurze Video, wenn man sich das ganze Video anschaut, kriegt man ein bisschen einen anderen Kontext und dann wird es an der Stelle auch nachvollziehbarer und gar kein Lesetipp, sondern einfach nur einschaut euch diese beiden wundervollen Fotos Tipp an, haben wir Fotos von aktiven weiblichen Fans aus den 70er Jahren, die einfach so schön so zeit colorit sind. Ich habe mich total gefreut, als ich die gesehen habe und dachte, das möchte ich gerne mit euch teilen. Ja, und dann zum Abschluss noch eine Hörempfehlung, das hatte mir Jollela eigengeschickt, liebe Grüße an dieser Stelle, ich bin erst vor zwei Tagen oder so dazu gekommen, die Folge auch tatsächlich anzuhören. Es geht um den Podcast The Double Pivot, da gibt es eine Folge zu den Finanzen des FC Barcelona und ja, es geht halt schon so zu 95, 98 Prozent eigentlich um die Männerabteilung, aber das macht ja gar nichts, schließlich geht es hier ja auch sehr, sehr viel generell um andere Themen, Finanzthemen, politische Themen, all sowas. Es gibt aber auch ein kurzes Segment, das war der Anlass, warum sie mir das geschickt hatte ursprünglich zu den Frauen, dass nämlich zwischenzeitlich die Trikotverkäufe von Alexia Potejas einfach so krass viel höher waren im Vergleich zu Spielern aus dem Männerteam in einer Zeit, als es finanziell alles doch sehr, sehr, sehr wackelig gebaut war, was es jetzt natürlich auch immer noch ist. Aber um euch diese sehr komplexe Situation da beim Verein mal genauer erklären zu lassen, ist diese Folge jedenfalls sehr, sehr gut. Und damit kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Und hier für euch der Kackspecht der Woche. Ja, und diese Woche verleihen wir keinen Kronenkranich, sondern einen Kackspecht und der Kackspecht geht an ein Vorkommnis, das beim SV Elversberg stattgefunden hat. Und zwar beim Auswärtsspiel von Wien-Wiesbaden. Wir verlinken euch einen WordPress-Text, in dem das nochmal genau geschildert wird. Ich zitiere aus dem jetzt auch ein Stück weit. Sie schreiben da, dass wie im Vorfeld aller Spiele eben eine Fanfotografin angemeldet wurde, sei ihnen dann mitgeteilt worden, dass aufgrund der Baustelle, die da momentan herrscht am Stadion, keine offizielle Akkreditierung ausgestellt würde und sich die fotografierende Person die ersten zehn Minuten des Spiels in dauerhafter Begleitung im Innenraum aufhalten dürfte, um eben Fotos zu machen. Und weiter heißt es, dass man das nicht weiter hinterfragt hätte. Es gab dann eine Choreografie im Blog, zu der auch Pyrotechnik gehörte und daraufhin hat dann das Sicherheitspersonal der Elversberger gesagt, dass das Fotografieren von Pyrotechnik nicht erlaubt sei, was ich so noch nie gehört habe. Und in dem Text heißt es dann eben auch weiter oder in der Stellungnahme, dass davon an keiner Stelle die Rede gewesen sei und dass es auch im Widerspruch steht zu den Durchführungsbestimmungen und Medienrichtlinien der DFL, die an der Stelle auch verlinkt sind. Die Fan-Fotografin wurde aufgrund dieses angeblichen Verbotes festgehalten. Nach zehn Minuten wollte die Einsatzstelle der Polizei die aus ihrer Sicht verbotenen Bilder sehen, um auf den eben Personen zu identifizieren, die Pyrotechnik gezündet haben. Die Fans schreiben im Blog, aufgrund der Perspektive, aus der diese Bilder gemacht wurden, ist diese Forderung an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Die Kamera, welche durch Zaunfahren und Choreografien hindurch fotografieren kann, hatten wir an diesem Spieltag ausnahmsweise nicht im Gepäck. Der eigentliche Skandal kommt aber jetzt. Die Fan-Fotografin hat sich geweigert, den anwesenden Polizeibeamten Einsicht auf die Bilder zu gewähren, woraufhin diese die SD-Karte beschlagnahmen wollten. Auch das hat die Fan-Fotografin nicht mitgemacht. Und aufgrund dessen wurde eine polizeiliche Maßnahme durchgeführt, die so aussah, dass sich die Fan-Fotografin hinter einem Container ohne Sichtschutz und in Anwesenheit eines männlichen Polizeibeamten ausziehen musste. Sie schreiben hier, vor der Maßnahme wurde die Bitte, ein weibliches Mitglied der Fanbetreuung als Kontroll- und Bezugsperson anwesend zu haben, mit einem herablassenden Kommentar, dass dies kein Wunschkonzert sei, abgelehnt und somit die Fanbetreuung in ihrer Arbeit massiv eingeschränkt. Alles daran ist also wirklich, ich versuche mir Superlative bei Themen zu verkneifen, aber das ist wirklich einfach ein komplett skandalöses Vorgehen, also wie man so mit einer Person umgehen kann und wie viele verschiedene Menschenrechte da irgendwie eingeschränkt wurden, das geht wirklich überhaupt nicht. Also wir haben in den letzten Wochen häufiger drüber gesprochen, wie Fans von Sicherheitspersonal oder Polizei behandelt werden. Wir haben auch immer wieder gesagt, Fans sind sicherlich auch nicht immer die totalen Lämmer, aber das ist hier an der Stelle überhaupt nicht das Thema. Also alleine die Tatsache, dass man das abschlägig beschieden hat, dass eine weibliche Bezugsperson bei dieser ganzen Geschichte mit dabei sein darf, ist schon ein absolutes Unding. Und was ich richtig krass finde und weswegen ich mich wirklich, also mir wirklich wünschen würde, dass der Sache mal intensiv nachgegangen wird, ist, dass sie am Ende schreiben, die Maßnahme war nur möglich, da im Vorfeld eine offizielle Akkreditierung bewusst verweigert wurde und somit das Presserecht keine Anwendung fand, so wie der gesamte Schutzbereich für akkreditierte Personen nicht eröffnet war. Das zeigt, welche perfide Mittel angewendet werden, um Fußballfans zu schikanieren. Besonders erschreckend ist, dass Vereine sich hierbei zu willigen Erfüllungsgehilfen machen lassen. Es ist davon auszugehen, natürlich ist das eine Mutmaßung, ich teile sie an dieser Stelle trotzdem mal mit, dass der Sicherheitsdienst und die Polizei hier Hand in Hand gearbeitet haben, da von dem Verbot der Bilder bis hin zu unwürdigen Behandlungen in der Maßnahme die Abläufe von Polizei und Sicherheitsdienst flüssig ineinander übergingen. Dieses Vorgehen wirkte so, als ob dies an der Tagesordnung sei und nicht das erste Mal vorgekommen ist. Finde ich, kann man an der Stelle auch nur sagen, falls jemand ähnliche Erlebnisse hatte in Elversberg, unbedingt mit den Wiesbadenern in Kontakt setzen, das geht einfach überhaupt nicht klar. Das ist einfach nur maximal gruselig, also von der ja im Prinzip Verweigerung des Presserechts über die Verweigerung einer Akkreditierung bis hin zum letzten Rest, also da weiß man wirklich irgendwie auch kaum noch, was man dazu sagen soll und das ist ja dann auch tatsächlich einfach super, super schwierig, da irgendwie gegen anzugehen, deswegen wirklich finde ich auch diesen Hinweis extrem wichtig, den irgendwie doppelt und dreifach zu unterstreichen, dass wenn es da noch andere Leute gibt, denen ähnliches widerfahren ist, dass die sich melden, weil je mehr man da sammeln kann an Aussagen und so weiter, desto eher gibt es die Chance, dass da vielleicht doch tatsächlich mal was passieren kann, weil das ist wirklich einfach nur ein riesengroßer Skandal. Ey, wo kommen wir denn dahin, wenn eine Person, die Pressefotos gemacht hat, sich ausziehen muss, wenn sie die Fotos nicht rausrückt? Aus was für einem Grund denn auch bitte? Das geht einfach überhaupt nicht. Also ich finde das wirklich richtig, richtig, richtig erschütternd und die arme Person, was die da an dem Tag irgendwie durchmachen musste, das ist also, das ist wirklich skandalös. Ja. Ja, das ist kein schöner Abschluss, die Sendung aber endet natürlich immer auf einer positiveren Note, wenn wir Kronenkraniche vergeben können, aber auch dazu wird es wieder kommen. Vielleicht gibt es ja nächste Woche schon wieder einen Kronenkranich, wir wissen es nicht, ihr werdet es dann merken. Für diese Woche sind wir fertig, einen kompletten Tag später als gedacht, dafür aber auch mal wieder fix und fertig. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart, wir freuen uns auch, über Sterne und Rezensionen wirklich auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, wir meinen das genauso, das hilft unserem kleinen, aber feinen Podcast zu mehr Sichtbarkeit, ihr tut uns damit einen riesen Gefallen, könnt uns auch gerne was in die Kaffeetasse werfen, in die Kaffeekasse, in die Kaffeetasse möchte ich bitte nichts geworfen bekommen und wir freuen uns, dass ihr uns auch in zwei Wochen, ne stimmt überhaupt nicht, nächste Woche, oh wir müssen jetzt aufhören Annika, wir hören uns nächste Woche wieder, es war schön mit dir liebe Annika und mit euch natürlich auch wie immer, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.